Ja, wir kommen zu einer neuen Case Study und zwar in dem Zusammenhang das neue Fallbeispiel und zwar Arbeitnehmer mit Nebengewerbe, wie man das richtig in einer Steuersoftware einträgt. In dem Zusammenhang wählen wir natürlich wieder unsere Standardsteuersoftware und tragen das mal ein, wie man als Kleinunternehmer nebenbei richtig die Steuererklärung macht. Mein Name ist Roland Elias, ich bin Online-Steuerberater und du schaust Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant. Und wir wählen uns direkt hier an dieser Stelle wieder ein in unsere Steuersoftware und gehen direkt in das Jahr 2021 und sieht man schon, welche Fälle wir schon bearbeitet haben. Einmal den reinen Arbeitnehmer, den Arbeitnehmer mit der Anlage Cup und einen Vermieter haben wir auch schon angelegt. Jetzt gehen wir in das natürlich hier zusätzlich und zwar mit KLU. Mit einem Kleinunternehmer sind wir diesmal unterwegs und legen diesen klassischen Fall an dieser Stelle an. Wir warten, bis die Software hier jetzt die ganzen Standardeinstellungen übernimmt und wir springen natürlich an der Stelle wieder die wichtigsten Dinge. Jetzt am Anfang überspringen wir, also nicht die wichtigsten Dinge, aber die Dinge, die relativ selbsterklärend sind, überspringen wir bzw. verweisen wir natürlich auf das erste Arbeitnehmervideo. Wir sind wieder Otto, der Normalverbraucher an der Stelle, wir sind natürlich auch hier wieder unverheiratet, also ledig. Wir sind Herr, wir sind wieder der Otto, wir sind der Normalverbraucher. Springen dann an dieser Stelle natürlich wieder weiter. Wir haben aktuell keine Kinder. Dann natürlich an der Stelle, wir sind Arbeitnehmer, hatten zwar kein Kurzarbeitergeld, aber sind Arbeitnehmer. Hatten dann hier einen Gewerbebetrieb, klassischerweise zum Beispiel Influencer, der nebenbei ein bisschen was dazu verdienen will. Dann Vermietung, hatten wir keine, Kapitalankünfte auch nicht. Das hatten wir übrigens im anderen Video, verlinken wir euch auch an dieser Stelle. Da gehen wir jetzt keine davon an. Wir hatten hier natürlich keine Sonderfälle, keine privaten Veräußerungsgeschäfte wie Kryptowährungen, keine Minijobertätigkeit oder keine sonstigen Verluste. Corona-Steuererklärung gab es für uns auch nicht, kein Kurzarbeitergeld und ähnliches. Wir machen wieder hier das klassische wichtigste Geburtsdatum, nämlich meines an dieser Stelle. Tragen wir hier schnell ein und können dann hier einfach durchspringen. Ist Otto Eigentümer eine Immobilie? Nö, haben wir nicht. Und eine Anschaffung im Ausland gibt es auch nicht an dieser Stelle. Wir haben hier wieder die Musterstraße 1. Da natürliche Ergänzung gibt es nicht. Wir nehmen wieder die 93051 dort, wo Steuern mit Kopf seinen Sitz hat. Klicken hier wieder auf Weiter. Wie gesagt, das denke ich mal, ist relativ selbsterklärend. In unserem Musterfall sind wir evangelisch. Wir sind nicht in einer Kirche ausgetreten oder eingetreten, also fällt das weg. Wir sind natürlich hier wieder Mustermann. Wir haben nicht studiert. Wir haben natürlich das Glück, auch keine Behinderung, sei es körperliche oder geistige Natur zu haben. Auch keine hinterbliebenen Bezüge. Das überspringen wir jetzt ein bisschen. Wir haben eine Lohnsteuerbescheinigung, Mustersteuerbescheinigung, die ich euch hiermit angebe. Dann haben wir hier natürlich wieder den Musterarbeitgeber. Berufsgruppe haben wir hier ganz normalen Arbeitnehmer. Das machen wir ganz normal standardmäßig. Bescheinigungszeitraum das ganze Jahr. Wir haben hier die Steuerklasse 1, Single, unverheiratet, keine Kinder. Wir haben hier die 36.000. Dann haben wir hier die 4.743,96 Euro an Lohnsteuer. Dann haben wir an der Stelle keinen Soli. Dann haben wir hier die Kirchensteuer, die evangelische. Dann haben wir ja keinen Ehegatten. Das fällt weg. Kurzarbeitergeld gab es auch nicht. Und dann sind wir wieder in der Zeile 22a, nämlich bei der Rentenversicherung. Da geht es dann wieder weiter. Wird übrigens direkt übernommen, weil ja hier Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich das Ganze teilen. Und im Normalfall erst dann wieder ab der Zeile 25 relevant. Das natürlich dann, hier kommt es dann mit rein. Und dann war es das auch zum Glück schon mit unserer Lohnsteuerbescheinigung. Da haben wir wirklich mit der Lohnsteuerbescheinigung hast du alle wichtigen Daten, die du dann ganz einfach brauchst. Und hier oben, schön geht es nach oben mit den 110 Euro Steuererstattung. Hier könntest du nochmal das Ganze abhaken mit deiner Lohnsteuerbescheinigung. Kannst du nebenhin legen, die Daten vergleichen. Das können wir dann so machen, damit du das natürlich auch direkt mal so im Vergleich siehst. Dann klicken wir hier wieder auf weiter. Wir hatten natürlich hier keine Einkünfte ohne Lohnsteuerabzug. Das sind diese Sonderfälle, Grenzgänger und ähnliches. Standardarbeitnehmer hat das nicht. Können wir weiterklicken. Wir haben hier natürlich wie immer unsere Fahrtenwohnung zur Arbeit. Die sonstigen Werbungskosten lasse ich jetzt mal weg. Haben wir in unserem anderen Video schon mal ausführlich besprochen. Dann gehen wir weiter. Wir haben hier keine Leiharbeitertätigkeit, Bewerbungskosten und ähnliches. Hier noch Telefon und Internet und natürlich hier weitere. Nehmen wir mal schnell mit rein, damit wir hier ein bisschen was zeigen können. Wir haben einen Weg zur Arbeit. Hier natürlich immer mit der ersten Tätigkeitsstätte. Dann haben wir natürlich das Musterdorf nehmen wir heute. Eins, zwei, drei. Wir sind das ganze Jahr gefahren. Arbeitstage. Wir haben fünf Tage Woche. Urlaub, Krankheitstage 30. Und schon kommen wir auf unsere 230 Arbeitstage. Dann klicken wir weiter. Dann kommen die Kilometerangaben. Können wir hier übrigens über die Route direkt berechnen. Wir sagen mal, okay, wir sind 20 Kilometer. Davor mit dem eigenen Kfz gefahren. Dann haben wir an dieser Stelle natürlich keine Sammelbeförderung oder ähnliches. Keine Erstattung vom Arbeitgeber bekommen. Wenn wir eine bekommen hätten, wäre das hier einzutragen. Und dann geht es einfach mal so weiter. Und die Erstattung geht nach oben. Wir haben natürlich dann auch wieder Telekommunikationskosten. Hier wollen wir sie nicht detailliert erfassen. Sondern wir wollen sie alles so mehr erfassen. Und sagen hier einfach zum Beispiel pauschal 240 Euro, 100 Prozent. Beispielsweise wir haben 50 Euro, sage ich mal, hier Telefonkosten. Und rechnen hier gleich die 20 Euro pro Monat maximal hinzu. Klicken dann weiter und die Erstattung geht nach oben. Hier übrigens der lustige Hinweis. Warum geht die Erstattung jetzt bei den 240 Euro stärker nach oben als bei den knapp über 1000 Fahrtkosten mit 30 Cent? Das liegt daran, weil hier erst der Wärmungskostenpauschbetrag überstiegen werden muss von 1000 Euro. Und erst ab dann gibt es eine Erstattung. Wir haben natürlich hier vielleicht weitere, ups, in der Tabelle zu erfassen. Klicken wir drauf. Können wir klassischerweise zum Beispiel hier was nehmen wie, wo haben wir es denn, Konto, Führungsgebühren oder ähnliches. Wir können Brille, Arbeitsmittel, weitere Wärmungskosten. Was haben wir denn hier? Nehmen wir mal berufliche heute. Zum Beispiel einmal eine Beratung bei uns in der Steuerkanzlei. Bestätigen wir hier. Und dann würde das natürlich so weitergehen. Kontoführungsgebühren, auch hier nochmal 16 Euro. Kann man immer wieder so machen. Wie gesagt, wir gehen das ein bisschen schneller durch, damit wir jetzt zum entscheidenden Punkt kommen. Und zwar hier an dieser Stelle natürlich das Gewerbe. Wollen wir hier zum Beispiel, und das ist ganz cool, wir empfehlen ja selber auch oder nutzen auch natürlich LexOffice Beisteuern mit Kopf. Also wir schreiben ja unsere Rechnungen zum Beispiel auch über LexOffice. Links übrigens, alles Wichtige findet ihr unten in der Infobox. Kann man hier zum Beispiel die EÜR direkt aus LexOffice importieren. Wir haben natürlich das Ganze nicht gemacht. Wir können hier die Formularerfassung wählen oder hier natürlich noch ein Weiß-Mitte-Unternehmer-Feststellungserklärung oder hier eine Anlage EÜR übernehmen. Wir springen in den Zusammenhang in die Formularerfassung hier auf diesen Punkt und kommen dann direkt hier rein. Wir geben hier jetzt beispielsweise, ich bin Steuer-Influencer oder würde ja auch heißen Taxfluencer. Wir betreiben das Unternehmen alleine. Wir haben hier natürlich vielleicht hier dann auch noch einen YouTuber. Geht auf weiter. Und öffnen dann die EÜR. Sie wechseln jetzt in die Einnahmen- und Überschussrechnung. Geht in Ordnung, machen wir. Da wollen wir natürlich nichts sehen, sondern wir gehen natürlich hier in die Muster, nicht die Firmenname. Wir haben hier den Steuertaxator. Dann natürlich hier Vorname. Haben wir nicht. Wir haben hier dann die Musterstraße 1. 93051. Regensburg passt. Bayern. Schönstes Land. Bundesland der Welt. Ganzes Jahr haben wir es betrieben. Und kommen jetzt zu den einzelnen Punkten. Wir springen das Ganze hier ein bisschen. Wir gehen an dieser Stelle einfach weiter und springen dann direkt hier in die Einnahmen-Überschussrechnung. Haben wir hier zum Beispiel, ganz wichtig, als unumsatzsteuerlicher Unternehmer, Kleinunternehmer das Ganze geführt oder waren wir umsatzsteuerpflichtig? Wir waren in dem Zusammenhang Kleinunternehmer und haben ein bisschen was nebenbei verdient. Hatten keine umsatzsteuerpflichtigen Betriebszeinnahmen, umsatzsteuerfrei, ähnliches auch nicht. Das können wir alles hier auf die Schnelle überspringen. Denn bei uns interessant werden ja die Betriebsausgaben. Das sind jetzt hier mal der Gewinn. Sie können hier auch immer durchrechnen. Wir haben hier keine Spezialitäten bei Betriebsausgabenpauschale. Waren Fremdleistungen hatten wir nicht. Wir gehen hier natürlich direkt rein in die AFA und haben hier zum Beispiel an dieser Stelle irgendwas angeschafft. Hier könnten wir natürlich die einzelnen Wirtschaftsgüter mit reinnehmen. Da aber, wie gesagt, das wir gesagt haben, lassen wir weg. Da geht es natürlich weiter. Miete, Pacht, ähnliches, Aufwendungen, sonstige Aufwendungen für betrieblich genutzte Wirtschaftsgüter. Dann natürlich für Telekommunikation hatten wir zum Beispiel 400. Wir haben zum Beispiel einen gesonderten Vertrag gehabt. Dann haben wir zum Beispiel in dem Zusammenhang Fortbildungskosten. Wir hatten hier 900 Euro Fortbildungskosten. Wir hatten zum Beispiel 400 Euro nochmal für den Steuerberater. Dann hatten wir, was hatten wir noch? Gebühren, IHK sowas, Versicherungen. Machen wir hier 150 Euro draus. Dann natürlich EDV-Kosten hatten wir zum Beispiel. Irgendwelche Lizenzen, die wir brauchen als Influencer hatten wir zum Beispiel 2.500 Euro. Arbeitsmittelbürobedarf brauchen wir nicht. Wir sind voll digital. Dementsprechend nur alles elektronisch. Wir hatten Werbekosten zum Beispiel nochmal von 900 Euro. Und ansonsten gibt es keine weiteren Kosten, die uns entstanden sind. Das würden wir dann so weitermachen. Und man sieht schon, der Gewinn hier rutscht nach unten. Geschenke und Ähnliches gab es nicht. Das können wir auch dann hier weglassen. Zum Beispiel Pflegungsmehaufwendungen wäre zum Beispiel dann der Fall, wenn wir an dieser Stelle hier länger unterwegs waren. Oder zum Beispiel hier natürlich Geschenke, die wir für jemanden hatten, die eben nicht abziehbar sind, also über 35 Euro. Das ist natürlich dann hier das sonstigen Betriebsausgaben. Das ist immer so der Sammelpool. Alles, was nirgends anders reinpasst, kommt hier mit rein. Und zum Abschluss natürlich immer das Kfz, des deutschen Liebstes an dieser Stelle. Da können wir sagen, Kfz-Kosten gesondert, nein, brauchen wir nicht. Wir haben kein Kfz. Dann diese Sonderfälle hatten wir auch nicht. Und schon sind wir natürlich hier noch bei den ganz Spezialfällen. 6b, 6c, Schuldzinsenthematiken. Das sind natürlich hier Sachen, die wir hier mal schnell rauslassen. Wir sind an dieser Stelle Kleinunternehmer. Umsatzsteuergrenze des Vorjahres war 0. Wir haben zum Beispiel 0 Umsätze gemacht. Und damit wären wir hier dann natürlich auch in der Gewerbesteuer, die zum Beispiel auch erstellt werden soll, können wir ja machen. Müssen wir als Gewerbetreibende eigentlich machen. Werden übrigens auch von immer mehr Finanzämtern auch angefordert. Dann soll eine Feststellungserklärung erstellt werden. Nein, keine Feststellungserklärung. Corona-Hilfen, nein, hatten wir auch nicht. Umsatzsteuer, Umsätze zu 19%. Hier natürlich, das wäre nochmal mit anzugeben. Hatten wir aber keine. Wir waren ja Kleinunternehmer. Dementsprechend fällt das Ganze natürlich hier raus. Wir gehen weiter. Gewerbesteuer. Machen wir zum Beispiel hier natürlich an dieser Stelle mal den Regensburger Hebesatz. Wir haben hier 425 und natürlich würden wir das hier einfach so mit angeben. Und dann kommen wir jetzt gleich zu Gewerbesteuervorauszahlungen. Nö, haben wir nichts geleistet, haben wir erst ein Vorjahr gegründet. Dann natürlich hier gehen wir weiter. Wir hatten zum Beispiel noch keine Steuernummer. Und sind dann auch schon durch im Eilverfahren. Denn, wie gesagt, so eine klassische, ohne zweimal Sonderfälle Steuererklärung, hier im Smartcheck einmal durchgehen. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, dann kommt es hier natürlich hier zu einem schönen, grünen Ergebnis. Und wir springen dann im Großen und Ganzen weiter. Haben hier unsere Gewinnermittlung. Und gehen dann am Ende hier direkt wieder zurück in die Einkommenssteuer. Und sehen jetzt gleich, unsere schöne Erstattung, die wir hatten, verschwindet zu einer Nachzahlung. Wenn wir natürlich dann weitermachen, dann haben wir vielleicht noch einen Riester-Vertrag oder ähnliches. Kann man hier an dieser Stelle eintragen. Und wir lassen das jetzt, wie gesagt, aufgrund dessen mal weg. Wir hatten keine davon. Können wir alles zu überspringen. Flutkatastrophenspenden haben wir auch nicht gemacht. Kranken- und Pflegeversicherung auch immer ganz wichtig. Wir sind als Arbeitnehmer gesetzlich krankenversichert. Dementsprechend auch hier. Dann können wir weitergehen. Wir hatten hier Beiträge als Arbeitnehmer. Haben wir hier schon eingegeben. Bei unserer Anlage N. Und klicken uns dann weiter durch. So Themen wie Versicherungen, Haftpflichtversicherungen, Unfallversicherungen und sonstiges lassen wir weg. Krankheitskosten hatten wir an der Stelle auch keine. Klassischerweise so Themen wie zum Beispiel Medikamente für bestimmte Krankheiten oder ähnliches. Wenn du zum Beispiel zur Miete wohnst, kannst du hier auch deine Nebenkostenabrechnung ansetzen. Hier einfach auf Ja gehen. Dann im nächsten Feld die Werte eintragen. Haben wir auch schon in unserem Standardvideo zur Anlage N gemacht. Sonstige private Leistungen, das haben wir alles weg. Dann kommen wir hier weiter. Es liegt keine Problematik vorher im Rahmen der Körgungssteuer. Hier auch ganz wichtig an dieser Stelle. Eine Bankverbindung ist natürlich hier im besten Fall immer einzutragen. Vor allem dann, wenn wir eine Erstattung haben. Bei unserer Nachzahlung ist das im Großen und Ganzen nicht so schlimm. Da müssen wir bloß dann aufpassen, dass wir es pünktlich überweisen. Wir müssen das natürlich eintragen, denn das ist auch schon immer hier eine kleine Logikfehler. Wir wollen jetzt hier keine eintragen. Gehen dann weiter. Hier natürlich noch persönliche Daten. Lassen wir weg. Umsatzsteuer. Das ist im Großen und Ganzen auch das, was wir weglassen. Ne, möchten wir nicht. Dann habe ich gelesen und verstanden. Jetzt machen wir den Smart-Check und sehen gleich, wo es Probleme gibt. Das Problem ist die Körgungssteuer, weil wir hier natürlich in dem Fall vielleicht 2020 nicht gemacht haben oder 2020 jetzt gleichzeitig machen. Dann können wir hier mal schnell auf Ignorieren klicken. Dann ist der Fehler weg. Und dann gehen wir auf WIDER. Bei WIDER sehen wir dann natürlich hier die unterschiedlichen steuerlichen Auswirkungen. Gewerbesteuer, Umsatzsteuer und Einkommenssteuer. Zusammenfassung. Hier nochmal alles schön aufgedröselt. Weiter an dieser Stelle. Und im nächsten Schritt können wir natürlich dann die Steuererklärung 2021 ausdrucken. Wenn ihr wollt, elektronisch übermitteln. Und damit ist die Steuererklärung 2021 mit einem Nebengewerbe abgeschlossen. Alle wichtigen weiteren Links und folgenden Themen findet ihr unten in der Infobox. Schaut da vorbei, klickt euch durch. Wie gesagt, wir empfehlen Smartsteuer schon seit mehreren Jahren. Nutzen es selber auch bei manchen Fällen. Mein Name ist Roland. Ich bin Online-Steuerberater aus Regensburg. Und du schaust Steuer mit Kopf. Steuern spart. Wer Steuern plant.